Am Mikrofon, Jörg Christian Petershofen. Abend. Hier sind die Hits der Woche. Von 100 bis 1. In den Radio FFN Hot 100. Zusammengestellt aus den offiziellen Hitlisten Englands, Amerikas und Deutschlands. Zwischendrin gibt es die Top 20 und Neuansteiger. In der Statistik. Und wir spiegeln, sofern vorhanden, die Neuansteiger, die Titel, die gestiegen sind und die, die unverändert sind. Und dann werde ich immer wieder gefragt, Junge, wie bereitest du dich auf so eine Sendung vor? Mentales Training, Aerobic oder Jazz-Tanz? Oder Yoga und Joggen? Ist ganz einfach, so eine halbe Stunde vor der Sendung gibt es immer Ducktales, Neues aus Entenhausen. Und dann ist man fit wie ein Turnschuh. Das Ganze läuft dann so Tick, Trick und Truck mäßig ab. In diesem Sinne geht es die nächsten vier Stunden mit New Entries, Re-Entries und Positionen von 100 bis 1. Da geht's doch gleich mit 100 los, New Entry. In Deutschland von 45 auf 37. Jürgen Dreefs, mit dir sofort und ohne Ende. Darüber sollten wir nachdenken. 99 von 94, 5 runter, Wars That Old It Wars, Kim Marzell. Und die 98, New Entry. In Amerika von 42 auf 36 gestiegen. Neues Single von Luther Vandross. Die heißt Here and Now. One look in your eyes And there I see Just what you mean to me Here in my heart I believe Your love is all I have for me Holding you close through the night I need you I look in your eyes And there I see What happiness really means The love that we share Makes life so sweet Together we'll always be Together we'll always be This pleasure of love feels so right And ooh, I need you Here and now I promise to love faithfully You're all I need You're all I need Here and now I vow to be one with me You and me Your love is all I need Say When I look in your eyes There I see All that a love should really mean And I need you And I need you more And more each day Nothing can take your love away More than I dare to dream I need you I need you I need you Here and now I promise to love faithfully Faithfully You're all I need Here and now Here and now I vow to be one with me You and me Your love is all I need Starting here Starting here And I Starting now I believe in love Starting here I'm starting right here Starting now Right now Because I believe in your love So I want to take the ball Here and now I promise to love faithfully Faithfully You're all I need Here and now I vow to be one with me You and me Your love is all I need Your love is all I need My love is all I need Oh, yeah, 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 yeah Hey, hey. Luthavan draws here and now a new entry auf 98. Da ist ein neuer. Thomas Hammann hat mal wieder unter Einsatz seines Lebens einen neuen Hot 100 mit Remix und Mastermix hergestellt. Aus mehreren Instrumentalstücken ist das zusammengebastelt und klingt gigantisch. Made-up Megamix nennt es sich. Ein Original-Jup-Edit. Die Radio-Infant-Hot 100 mit der 97 von 82 Pump-Up-The-Gam. MC Siren The Real McCoy. 96 New Entry. Bikini-Girls with Machine Guns von Krams. Mädels im Badeanzug mit Maschinenpistolen. Das kann ich gut verstehen. Ich kenne Bikinis, da braucht man wirklich einen Waffenschein für. 95 New Entry. In Amerika in dieser Woche von 45 auf 35, 10 rauf, somit 9 in Hot 100. Und das ist Elton John. Noch was ruhiges. Sacrifice. In Amerika in Katzen. Und das ist Wilhelm, der Herr Lange. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik 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 Neues von Erich Klappstuhl, Eric Klappen, Bad Love, New Entry auf 93. Musik So, und sie fällt von 73, der Erdbeermund von Sigmund und seinen Freunden. Und 91, New Entry. In Amerika in dieser Woche von 40 auf 32 geklettert. Ein neues Werk von Taylor Dane. Aber ganz ruhig. Taylor Dane und Love will lead you back. Musik 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 But I know in time, that we'll be together I will try to stop you now from leaving Cause in my heart I know Love will lead you back Someday I can do that Love will lead you back in my arms Where you belong I'm sure, sure will start by standing One day you will find me again It won't be long One of these days our love will lead you back One of these nights I'll hear your voice again You're gonna say How much you miss me You'll walk out this door But someday you'll walk back in But darling I know I know this will be Sometimes it takes Some time out on your own now To find your way back To find your way back To find your way back One of these days our love will lead you back I will try to stop you now from leaving Because in my heart Cause in my heart I know I know that love will lead you back Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Neues Single von Blackbox klingt so wie die Alte, aber der Titel hat sich geändert I don't know anybody Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank. 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 Samstags live und die ganze Sendung als Wiederholung in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. 83 kommt drauf und 96. Das ist das Monarchische von den Eurythmics, the King and Queen of America. We'll be right back. Well, come on, darling. The stars are the all-time winners. The stars are the all-time winners. Come on, darling. Our luck is good tonight. Cause we're the all-time winners. The King and the King and the King and the King and the King of America. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Let's hear it for the King and Queen of America Let's hear it for the King and Queen of America The King and Queen of America The King and Queen of America So come on darling, there's a big moon in the sky We're gonna build a little satellite, we're gonna make it fly We're gonna send it up to heaven, all the way up to the stars And now we're leaving, we're gonna find out who we are We're talking about the King and Queen of America Talking about the King and Queen of America Talking about the King and Queen of America The King and Queen of America We're talking about the King and Queen The King and Queen The King and Queen of America The Eurythmics, Ernie Lennox und Dave Stewart Den Dave Stewart gibt's später nochmal Das waren allemal die Eurythmics mit The King and Queen of America 96 letzte Woche 83 in dieser Woche Radio FFN präsentiert Die Top 20 aus Amerika Und das sind die ersten 20, 20 von 26, No More Lies von Michelle Technotronic featuring Fally, gefallen von 8 auf 19, Pump Up The Jam Auch Jodie Wadley abwärts von 10 auf 18, Everything Aber rauf, 5 Nummern von 22 auf 17, Price of Love and Bad English Auch gestiegen, The B-52s von 23 auf 16 mit dem Titel Rome Tom Petty ist freigefallen von 7 auf 15, Free Falling Und die 14 kommt rauf von 19, Here We Are Gloria Estefan 13 letzte Woche 18, We Can't Go Wrong, The Cover Girls Und Exposé auf 12 von 15, Tell Me Why 11 letzte Woche 12, Peace in Our Time, Eddie Money Die 10 war letztes Mal 16, All or Nothing, Millie Vanilli Auch mit der Nummer auf dem Weg zur Spitze in Amerika 9 von 17 rauf, Escapade, Janet Jackson Skid Row, 2 runter von 6 auf 8, I Remember You Und die 7 war letzte Woche 13, Dangerous von Roxette Auch Chicago sind gestiegen von 11 auf 6, What Kind of Man Would I Be? Gefallen von 1 auf 5, Michael Bolton How Am I Supposed To Live Without You? Aerosmith ein rauf von 5 auf 4, Janie's Got A Gun Und Fandard auf 3, Rod Stewart mit Downtown Train Aber den werden wir noch hören, weil in Amerika noch eingestiegen ist Die 2 war letzte Woche 4, To To Make It Right, Seduction Und neue Nummer 1 in Amerika in dieser Woche Paula Abdul im Duett mit The Wild Pal Von 2 auf 1, Opposites Attract Powerpick Sales auf 23 von 28, meistverkaufte Single letzte Woche in Amerika Oder diese Woche besser gesagt, I Go To Extremes von Billy Joel Powerpick Airplay, als am meisten im Radio zu hören war Phil Collins' neues Single I Wish It Would Rain Down Von 71 auf 46 gestiegen Und die neuen steige Hotshot-Debüt gleich einen dahinter Auf 47 neu Linda Ronstadt featuring Aaron Neville All My Life Und 75, New Entry Don't Wanna Fall In Love von Jane Child Nur wenn sie nicht will, will sie nicht 84 neu Almost Hear Your Sigh Von den Rolling Stones 92, New Entry Heart of Stone von Lenny Nee, das ist einer höher Chair Heart of Stone von Chair Neu auf 92 93 neu I Wanna Be Rich von Calloway Wer will das nicht? Und jetzt legen wir uns mal nieder Und sagen, das darf doch wohl nicht wahr sein Da hat das Land der unbegänzten Freiheiten einfach drei Jahre lang gepennt 97, New Entry in Amerika Eine Platte, die wir alle toll finden und mögen Nun auch in Amerika Und das freut mich Es ist tatsächlich wahr John Fornham mit Your The Voice Ist jetzt erst drei Jahre danach nach dem Erscheinen Neu rausgekommen in Amerika Die kennen wahrscheinlich auch Australien gar nicht Da kommt er nämlich her und füllt Stadien Und die Tour hier in Deutschland war auch Spätze von John Fornham Also Your The Voice mit Verspätung Mit reichlich Verspätung Neu auf 97 in Amerika Weiter in den Radio FFN Hot 100 Vom 10. Februar 90 1990 90 waren wir doch schon vorbei Wir hatten die Rhythmics auf 83 82 neu Just a Friend von Bismarcky 81 neu Comptour von Hans von Stoffeln Und 80 neu Black Velvet von Alana Velvet Und 79 New Entry Da legst dir nieder In Deutschland Re-Entry auf 29 Auf 28 Green Die neue Version davon Der Rough'n'Ready Remix Darüber kann sich jeder sein eigenes Urteil erlauben 79 New Entry Ram Jam und Black Betty Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 ... 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 Nach einem Unfall. Auf der Werra-Brücke sind es jetzt 7 Kilometer Stau. Autofahrer in der Gegenrichtung werden gebeten, zügig vorbeizufahren. Umleitung ab Kassel-Ost über die U43 nach Hannover-Schmünden-Werra-Tal. In Unterlös und Lutherloh sind die Notrufe 110 und 112 ausgefallen. Bei Bedarf die Polizei Hermannsburg. Bitte über Amt anrufen. Radio FFN Nachrichten. Der schwarze südafrikanische Bürgerrechtler und Nationalistenführer Nelson Mandela soll morgen nach 27 Jahren Haft freigelassen werden. Das kündigte heute der südafrikanische Präsident Dirk Klerk an. Rainer von Holst aus Kapstadt. Dirk Klerk, der in den vergangenen Tagen nach der Bekanntgabe tiefgreifender Reformen in der Kap-Republik für aufsehen sorgte, begründete die Freilassung Mandelas mit dessen Zusicherung, dass der African National Congress ANC für eine friedliche Zukunft Südafrikas eintritt. Mandela ist seit 1952 Führer des ANC. 1962 war der jetzt 71-Jährige zunächst zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Im Juni 1964 wurde die Haftstrafe auf lebenslänglich erweitert. Mandelas jetzige Freilassung war lange erwartet worden. Sie ist nicht frei von Gefahren. Die rechtsradikale Afrikaner Weerstandsbewegung, AWB, hat bereits angekündigt, dass sie alles tun wird, um die Seele Südafrikas, wie Mandela auch genannt wird, zu töten. In ersten Reaktionen begrüßten die Bundestagsfraktionen von SPD und Gröne die Freilassung von Mandela. Der jahrelange Druck des schwarzen Widerstandes habe die südafrikanische Regierung zum Nachgeben gezwungen. In Dresden fand heute der zweite Tag des außerordentlichen Parteitages der liberal-demokratischen Partei Deutschland statt. Bereits heute Mittag hatte sich die Partei von bisher LDPD in LDP umbenannt. Mit dem Ende des Sonderparteitages im Dresdner Kulturpalast hat die LDP einen Schlussstrich unter die Blockparteienvergangenheit gesetzt. Als der heute Nacht gewählte neue Parteivorsitzende Rainer Ortlepp unter langen Beifall den Parteitag zu beendet erklärte, konnten die 750 Delegierten mit einem betonten wirtschaftsliberalen Wahlprogramm und einem neuen Vorstand nach Hause gehen. Lebhaft diskutiert wurde bis in die letzten Minuten über einen auch von der FDP Bonner Ehrendelegation vorgeschlagenen Verbund aller liberalen Kräfte in der DDR. Und bis diese liberale Allianz mit der DDR-FDP und der Deutschen Forumpartei zustande kommt, werden nur noch wenige Stunden vergehen, denn die Verhandlungen zwischen den drei Parteispitzen beginnen bereits in wenigen Minuten. Bundesdeutsche Ingenieure arbeiten nach Angaben des Nachrichtenmagazins der Spiegel an geheimen Raketenprojekten in Saudi-Arabien. Laut Spiegel leitet ein Bundesbürger das Entwicklungszentrum in der Nähe von Nchidada, das unter einer Tarnbezeichnung arbeitet. Deutsche Fachleute hätten im Auftrag der Saudis versucht, in der Bundesrepublik Material für den Raketenbau zu beschaffen. Auch in anderen westeuropäischen Ländern hätten sie versucht, Experten aus der Rüstungsindustrie anzuwerben. Die Kapitalbeteiligung westdeutscher Firmen, anscheinend Venture-Unternehmen in der DDR, soll erhöht werden. Das forderte heute der stellvertretende Oberbürgermeister von Dresden, André Lang, bei einem Besuch in Hamburg. Die Beschränkung des westlichen Kapitals auf 49 Prozent sei für die Entwicklung in der DDR unbefriedigend. Lang kündigte an, dass Dresden demnächst im Alleingang Hamburger Unternehmen eine Kapitalbeteiligung von bis zu 80 Prozent ermöglichen werde. Berlin beginnt mit Vorbereitungen für die immer wahrscheinlich werdende Übernahme von Hauptstadtfunktionen. Die Senatorin für Stadtentwicklung und Umweltschutz Schreier hat heute ihre Verwaltung beauftragt, Studien für eine mögliche Hauptstadt Berlin zu erarbeiten. Und eine Meldung vom Sport. Ivan Lendl steht im Finale des mit 560 Dollar totierten Tennisturniers in Mailand. Der Weltranglisten Erste besiegte heute den Amerikaner Pete Sempras mit 3 zu 6, 6 zu 3 und 6 zu 3. Im Endspiel trifft Lendl morgen auf den Sieger aus der Begegnung John McEnroe und Tim Mayotte. Das Wetter? Von Südwesten her zunehmende Bewölkung, nachts zeitweise Regen, im Harz oberhalb 800 Meter Schnee. Morgen überwiegend stark bewölkt, dabei einzelne Regenschauer, im Oberharts Schneeschauer. Höchsttemperaturen heute und morgen um 6, im Oberharts um 2 Grad. Tiefttemperaturen kommende Nacht um 3 Grad. Heute wehen mäßige bis frische Süd- bis Südostwinde. Bis morgen südwestdrehend und auffrischend, dabei stürmische Bönen. Das waren die Nachrichten mit Kirsten Gerhard. Es ist 19 Uhr und 5 Minuten. Da haben Sie es wieder gehört, Ivan Lendl ist auch sparsamer geworden. Für 560 Dollar holt der einen Tennisschläger raus. Radio SSN Am Mikrofon, ja Christian Petershofen. Weiter in den Charts. Die sind auch nicht schlecht dotiert. 77 von 59, Love Song und Tesla. Kaoma sind gefallen von 68 auf 76 mit einem Zando Lombarda. Und die 75 letzte Woche 90. Richard Marks und Too Late to Say Goodbye. Ja? Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hallo, 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 hallo Consider, if you will This great big question, unanswered still Oh, can you spot the difference That lies between The color blue and the color green Sometimes I feel We must be going now Little Richard, little Mel Willy Wonka and William Tell Salman Rushdie and Kim Maysell Hallo, 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 hallo So welcome to the team Oh, happy worked it out, kid Yeah, the riddle I mean What's the answer, it's plain to see Blue is blue and always will be Sometimes I feel That the whole world's going mad Monk and Mindy Brian Hayes Barry Humphrey Paris Grey Little Meaty Chris and Doug Hallo, 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 hallo Billy Conkill Vince Hiller Freddie Flintstone Fred Astaire Desmond Tutu Stephen Grant Hallo, 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 hallo Charlie Parker Charlie Brown Leslie Crowder Come on down Mary Wilson Dianne Blo Hello, hallo, 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 hallo Sir Buckton Tutu Sean Paul Sartre Sidney Bundle Jeffrey Archer Andre Previn And the L. Gesser Hallo, 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 hallo Hallo, 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 beloved new entry auf 70 ne Jede Menge Prominenz wurden da gegrüßt mit einem einfachen Gruß, nämlich mit hallo Radio FFN präsentiert die Top 20 aus Großbritannien Pop, pop, pop music To shoo-be-do-be-do-a-la Everybody talk about Pop music Talk about Pop music Talk about Pop music Pop music The second future has just begun Hier sind die ersten 20 von der Insel 20 von 22 Shine On und Hells of Love 19 New Entry Lisa Stansfields Neue Heißt Live Together 18 bei letzter Woche 25 Lost Just Like Jesse James von Cher 17 unverändert Welcome von Gino Latino 16 fällt von 8 You Make Me Feel Mighty Real Jimmy Somerville Und 15 New Entry Beats International Dub Be Good To Me 14 7 runter von 7 Hanging Tough New Kids On The Block Von 20 auf 13 7 hoch The Face von And Why Not Und noch Skid Row sind gestiegen von 23 auf 12 Mit 18 And Live 11 kommt drauf und 15 Nothing Ever Happens von Delamitri Und ein Rauf von 11 auf 10 Instant Replay von Yell 10 hoch von 19 auf 9 Walk On By von Sybil Und gefallen von 6 auf 8 Halo James Could Have Told You So 7 war letzte Woche 10 I Wish It Would Rain Down Phil Collins Schnee wäre auch nicht schlecht 8 fällt von 5 Touch Me von den 49ers Und die 5 ein runter von 4 Mantronics featuring Wanderers Got To Have Your Love Die 4 kommt drauf und 9 Happening All Over Again Lonnie Gordon Und 3 fällt von 2 Tears On My Pillow Kylie Minogue Die 2 war letzte Woche 3 Get Up Before The Night Is Over Technotronic Und die 1 unverändert in Großbritannien Nothing Compares To You Von Sinit O'Connor Das vor ein paar Tagen erklären lassen Nicht Sinit O'Connor, sondern Sinit O'Connor Ist ja auch irisch Das heißt ja auch Sean Connery Aber nicht Sin Connery Richtig immer grüne Pickel, wenn das einer hat Also Sinit O'Connor Nummer 1 in Großbritannien Nothing Compares To You Und die Neueintreter zwischen 21 und 40 Ja, keine Währungen Titel Titel wollen wir hören 32 New Entry Downtown Train von Rod Stewart 35 neu 33 ist auch noch neu Bad Love von Eric Clapton 35 neu Bikini Girls with Machine Guns Von Cramps Denen kommen wir nicht so nahe Und die 38 New Entry Epic von Faith No More Das waren also die Charts aus Britannien Großbritannien Weiter in den Radio FN Hot 100 Von 10. Februar 1990 Samstags live Und die ganze Sendung wird wiederholt In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Ab Mittwoch Mitternacht Weiter geht es mit der 69 Von 83 Das ist die Mob Featuring K.F. Dennis Come on and get my love los oh 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 whoa oh 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 come on and get my love come on and get my love oh 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 marihcao tier Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020